Hi, ich bin Edgar von Steder und heute gucken wir uns mal an, was um meine Arbeitskollegen so treiben. Heute stellt Christina mal die Buchhaltung vor. Viel Spaß dabei! Ja, ich bin Christina Lüttger und bin hier die Leiterin der Buchhaltung bei der Firma Steder. Insgesamt sind wir zu viert in der Abteilung beschäftigt. Ich habe eine Kollegin, die beschäftigt sich mit dem Mahnwesen und der Kassenprüfung hauptsächlich. Dann eine weitere Kollegin ist hauptsächlich für das Personalwesen zuständig. Dann gibt es noch einen Azubi-Platz und der Auszubildende ist bei uns dafür zuständig, das Rechnungsprüfungsprogramm zu verwalten und Zahlungsbestätigungen zu schreiben. Mir gefällt besonders, dass man den Gesamtüberblick in der Buchhaltung hat über alle Abteilungen im Unternehmen und sieht, wie das Unternehmen zurzeit gerade dasteht, mit Zahlen arbeitet. Zu den kleinen Dingen zählt für mich auch, dass man einfach mit Kollegen mal sich kurz zusammensetzen kann und schnacken kann und dabei den Arbeitsalltag vergisst und sich dazu einen Kaffee nimmt, einen Tee und vielleicht auch ein paar Kekse. Die Firma Steder hat ein sehr lockeres, angenehmes Arbeitsklima. Nur super nette, hilfreiche Kollegen, die hier arbeiten und es macht echt super Spaß. Auch in stressigen Situationen wird dann öfter mal ein Witz gerissen und die Situation ist direkt wieder aufgelockert. Man fühlt sich hier wohl, versteht sich mit allen Kollegen. Es ist einfach super locker, hier zu arbeiten. Auf den Geist geht mir ab und zu mal, dass man hier solche Interviews beantworten muss. So, das war Christina, die uns die Buchhaltung vorgestellt hat. Falls ihr noch mal Interesse habt von ein paar mehr Abteilungen von uns, findet ihr hier oben einmal das Video vom Einkauf. Da erzählt Darius ein bisschen was zu. Und hier unten kommt noch ein Video hin. Ich weiß noch nicht welches, ist aber bestimmt auch interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.